Und damit wieder herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge Jump'n'Run des Tages mit mir, eurem Vater. Ja, Enderperlen werfen, no story. Ja, es ist einfach nur Enderperlen werfen. Boom. Ich glaube, er war zu weit. Oh. Easy Nummer 2. Umdrehen bitte. Ja. So schwer ist das ja echt nicht. So. Easy Nummer 3. Tipp, du hast Jump. Oh, cool, ja. Gut, dann wissen wir Bescheid. Oh, wie göttlich. Bin voll der Pro. Ah. Tipp, Sneak am Rand, springe raus und werfe. Dafür brauche ich aber nicht sneaken. Also. Wey. So, jetzt sind wir bei Medium, Mittel, Normal. Okay, Leute. Ja, schon wieder gut an hier. Ah ja, ich wollte ja noch was ansprechen hier. Ich bin ja immer schon einer, der jemand ansprechen muss. Nein. So. Ähm. Ja, und zwar, Leute. Ich habe jetzt so in den mehreren Comments so gelesen gehabt. Yo, ey. Spiel mal auf dem Gommelserver. Ich weiß. Der Gommelserver hat, äh. Und jetzt? Ja, ich brauche zwei Enderperlen. Ja, scheiße. Äh, ja, wie gesagt. Naja, fuck. Ich weiß, der Gommelserver hat einen neuen Spielmodus. Dieses Crick Bad Wars. Ja, ich habe nichts gegen Bad Wars oder Crick Bad Wars oder sonst was. Aber ich habe was gegen den Gommelserver einfach. Also, ich spiele nicht gerne auf dem Gommelserver. Erstmal das Kaufsystem. Es ist zwar das alte und normale Kaufsystem, aber ich hasse es. Ja, also. Ah, ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Hm. Aber keine Enderperle mehr. Scheiße. Ja, Leute. Wie gesagt, ähm. Ich bin da jetzt nicht so der Fan von, weil der Gommelserver per se... Mein Gott. Der Gommelserver selbst ist nicht so meins. Ist wieder zu weit. Mein Gott, ey. Das ist schon hier pissig, ne? So, das ist zu hoch. Ah, endlich geschafft, ey. Und? Ich glaube, der ist drüber hinaus geflogen. So. Das müsste richtig sein. Ne, war schon wieder zu niedrig. Mein Gott. Wenn ich zu hoch mache, passiert das. Wichskind. Ich werfe die jetzt einfach so weit, wie es geht, ey. Einfach so Lucky Shot-weise. Nein! Der Hund hat es geschafft. Ja, du Pisser. Ich sehe es. Ah, schon wieder nicht. Camtasia Studio 8. Deine Mama heißt Camtasia. Ja! Endlich, Leute. Mal endlich was zum Jumpen, ey. wieder drei Ender-Perlen. Ja, das geht nicht. Äh. Ja, Leute. Ah! Nein! Du verdrecktes Horen-Kind. Kaschan. Kaschan. Ne. Au, wieder. Viel zu tief, ey. Achso, wo war ich stehen geblieben überhaupt, Leute? Ja, ich will nicht auf dem Gombiserver spielen. Also, Leute. Das ist irgendwie so. Also, ich spiele eigentlich nicht so gerne auf dem Gombiserver. Das funktioniert. Funktioniert es nicht. Nein! Scheiße! Kaschan! Geilo. Schwer, aber machbar. Und was ist das? Zu schwer. Du kannst es überspringen. Kann ich nicht. Willst du mich verarschen, oder was? Du sagst doch, ich kann es überspringen. Ich überspringe es ein, weil ich skippe es. Was? Was? Hoarding your motherfrager. Zu schwer? Du kannst es überspringen. Wo muss ich denn hin? Was ist das? Was ist das für ein Witz? Witz? Hallo! Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ohne Witz. Mach das so. Also, wenn du es schaffst, dann hast du dir einen Orden verdient. Wenn du es nicht schaffst, dann ist... Okay, ich habe es nur einmal von genau 143 Mal geschafft. Ich muss doch hier nur jumpen. Ach, hier, die springen können einfach. Okay. Also, ich checke es nicht. Ich habe es doch geschafft jetzt hier. Oder meinte der das davor? Ja, das war es mit der Map, Leute. Äh. Für heute, ne? Ich weiß, heute ein bisschen langweiliger ausgefallen. Ja, die Enderperlen waren in Ordnung. Heute ein bisschen langweiliger ausgefallen als sonst. Es tut mir leid. Wie gesagt, kurz angesprochen. Gomma HD. Vielleicht zocke ich mal Quick Bad Wars. Aber nicht alleine. Wenn jemand Zeit hat, dann... Äh, ja, dann kommt das vielleicht mal. Vielleicht auch mal einfach nur im Livestream. Ähm, so als aktiver Content. Könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, weil ich auf dem Gomez-Server nicht gerne spiele. Also, ist halt gegen den Server jetzt ein bisschen. Ich finde das Chaos-System und alles ziemlich blöd. Ja, und es ist nicht mein Ding. Ähm, und noch ganz, Leute. Heute Abend wieder 19 Uhr. Counter-Strike Global Offensive live auf Twitch mit mir. Wieder Gelegenheitsspiel. Mal gucken, was ich diesmal wieder ziehen werde. Äh, gestern war ja schon richtig gut. Einmal 16-0 ein wegge... Also, ein Team weggeklatscht. Und gestern 16-8. Mit irgendwie 55 zu 11 Sets oder sowas. Keine Ahnung. Das Replay könnt ihr euch ja immer noch bei, äh, Twitch angucken. Auf meinem Twitch-Kanal. Twitch.tv slash Saksa Y0. Äh, ja, Leute. Wer da noch irgendwelche Fragen hat. Wenn ihr Fragen an mich habt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und, ähm, ab heute... Äh, ich hatte eigentlich vor, das erst ab dem Wochenende zu machen. Aber ich hab mir so gedacht, ab heute... Kommt, ähm, ein... Kommt ein Video und um 20 Uhr kommt noch ein Video. Und natürlich kommt das Video hier irgendwann nochmal um 14, 15 Uhr. Und, äh, ja, Leute. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich hab jetzt wieder ein Offline-Projekt gestartet. Ein bisschen, äh, Survivalen und etc. Dazu wird's auch noch ein paar Sachen geben, die ich, äh, noch ansprechen möchte. Aber das werde ich in dem Video tun. Äh, also in dem, in dem Projekt selbst. Weil das erste Video sollte heute kommen. Ich hab schon ein paar vorproduziert. Drei Folgen jetzt ins... Ne, drei, ne, vier, fünf, fünf Folgen insgesamt vorproduziert. Damit ich das so schnell wie möglich machen kann, immer. Äh, das wird dann alle paar Tage mal dann zwei Videos kommen. Dann kommt da einfach noch so 19 oder 20 Uhr noch ein Video. Das wird dann immer natürlich bei Twitter, Facebook und, äh, sonst irgendwo natürlich noch, äh, angekündigt. Und, äh, damit ihr natürlich immer auf dem Laufenden gehalten werdet. Ja, Leute. Ich würde dann sag mal sagen, bis, äh, zum nächsten Mal. In dem Sinne. Ciao.